Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch mit Liquid Nils und Shigo. Hallo! Wokwok! Was gibt's denn hier Nils? Wenn du einen Ball in den Torps kliffst, ein Basketball, dann kommt so ein kleines Celebration Ding. Konfetti. Okay. Sehr cool. Oh, Lucy da auch? Ja. Reaper, Reaper auch? Den hab ich. Den hab ich zwei Headshots gedrückt. Ja, da sind viele tot jetzt. Reaper? Äh, ne. Die sind tot. Komm, kriegen wir. So, ich zeig dir jemanden Trick jetzt. Ich auch. Na. Kommt jetzt dein Youtube-Video, das du geguckt hast? Jeder hat das Video gesehen. Ach, schade Nils. Du musst aber auch die Leute herunterziehen. Ja, die Leute haben da stehen. Ich hätt's ja gemacht. Hier, guck mal, wir sind alle stehen und Schiss haben und da tschüss. Hehehe. Warte, jetzt aber. Verzeihung. Nein. Sorry. Von denen sind auch drei tot. Hallo und tschüss. Hehehe. Der war super. Sollten sich nen anderen Weg suchen, denn hier ist... Tschüss. Hehehe. 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 Schon mal eine Eiswand vor uns plämmen? Heilem's rupfen. Heilem's rupfen. Das Äffchen. Hey, Symmetra. Tschüss. Hehehehe. Hehehehe. Können wir schon mal so ne Eiskugel reinwerfen? Nehm. Luschi! Komm mal her! Oh, er hängt in ner Wand. Jawoll! Direkt vor die Tür. Läuft. Irgendwo einer war hinter... Lauf jetzt links rum, Leute. Einer auf dem Spot. Oh! Shit! Hehehehe. Puste und huste. Und dann schubse ich sie wieder raus. Jetzt wird's massiv. Uh! Braucht man den Münzen ja rein? Ne, die Fresse ist okay. Nein! Hehehehe. Gut. Die Stunde hat geschlagen. Aber nicht für uns! Ne. Nicht für uns aber. Nein, ich hab ihn getötet. Das meine ich. Die Stunde hat geschlagen, aber nicht für uns. Du kannst das hier nicht reflektieren. Die Rolls haben alle Ults. Oh nein! Das war gemein. Uh, das tut er sehr recht. Schnell auf dem Spot. Lanera ist da und ich bin auf dem Spot. Gut. Das hätte besser laufen können. Roadhog sein war zu crazy. Der Charakter ist zu stark. Lauter! Lauter! Back! Verlängerung. Oh, what? Crazy motherfucker der Charakter. Erste Rolle gewonnen. Jawoll. Ich konnte nicht mal meine Ulti einsetzen. Ich konnte nicht mal. Der Floker. Oh, Beine halt. Ach, das war doch schon. Punkt der Stand. Eins. Zu null. Jawoll. Jawoll. So, pass auf wir machen das jetzt hier. Guck mal. Ja, der kommt. Ich hab den da hundertmal abbouncen lassen. Oh, der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der könnte kommen. Das war der Fall. Oh mein Gott. Böh. Egal. Bounce bounce bounce. Speed. Der gibt's, äh, verspätet. Aber noch reine. Ich muss auf jeden Fall. Ich muss zu der Ecke kommen, deswegen. Ja, ja, trotzdem. Jetzt noch was. Ja. Äffchen ist schon drauf. Den frosten wir. Unser Himmels hinten. Stopp, danke. Äffchen down. Nein, au. Au. Das war nicht nett. Frostig. Mach schon mal hier ein paar Zäune weg. Mach mich bereit. Jungs. Ungfass. Guck mal, ich will das sehen. Jetzt mach mal. Warum kommt denn hier keiner? Hier kommt keiner. Warte, ich baite. Hallo. Hallo. Kommt da jetzt wer her? Ja. Klar. Ja, der kommt nicht um die Ecke. Ne, ne, die bleibt nicht. Ja, ich bin auch im Spot. Ich bin auch noch hier. Oh, der ist tot. Oh, der ist tot. Oh shit, das war gemein. Der ist tot. Ach, aber... Die Tracer hatte schön. Aber die muss auf den Spot gehen. Ich bin drauf und hab erstmal Luschi gekillt. Jetzt trink ich was. Ja, ich weiß, er trinkt nix. Aber es sieht so aus. Wechselt den Filter seiner Gasmaske. Ja, aber er hängt von der Animation her. Und packte sich das vorne ins Maul. Also, wie ne Flasche. Ich wollte damit auch, ähm, nur die Kommentare. Also, für mich ist es einfach trinken. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Guck mal hier. Weg mit euch. Jawoll! Komm schon. Gibt mein Schiff, gibt mein Schiff. Oh, ich bin sorry, sorry, ich muss... Ich muss wohl leben. Die hätte ich so runtergespust. Es tut mir leid. Ich wollte doch bloß überleben. Jeder für sich. Leute! Die steht immer noch da an der Wand. Ach, herrlich. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja, leider tot. Auf. Weil sie ihre Ulti gemacht hat. Speed! Sie nehmen den Punkt ein! Speed! Schneller! No! Und hapfen! Ich bin hier und ihr? Oh, shit! Ich huste und puste! Aber alle leben. Ja. Nein! Nein, ich bin auch los. Nein! Au! Ja, schau nicht lange auf den Spot. Ich werde jetzt einmal noch zur Ulti spielen und dann auch hin. Ich werde jetzt geschlossen und auch. Oh, fuck. Feeling einleiten. Ultimative Fähigkeit bereit! Kommt rein! Ach, das ist ein Zariot. Ich hab versucht einen bisschen. Grüß Reinhard. Vorsichtig, du tippst da nur. Was? Bitte? Ach, lass mich auch in Ruhe. Ich bin gleich wieder bei euch. Was? Ist hier etwa gespawn-cammed oder was? Jetzt wird's massiv! Massiv, komm. Komm, jetzt gehen wir noch. Komm, jetzt gehen wir noch. Nein! Wir haben die gleiche Idee. Er hätte ich vorher durch. Du musst ja nur die Konzer suchen. Hinter dir. Hilfe! Ah, kacke! Ah, der Laser sieht stark aus. Ich hab dich im Visier. Erobere Ziel. Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Ach! Stehen sie wieder alle. Ja, Mann! Einer am ansonsten ist vorbei. Also drauf. Kannst du nicht wegdaunen. Da steht nämlich an der anderen Seite auch immer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Und... Ich bin hier! Ach, versuch dann. Oh, scheiße. Ne, keine Chance. Und zwei tot. Ich muss eine ganze Menge tot. Äh... Wir haben alle tot. Gut. Ich bin mal gleich wieder da. Ja, das wär nice. Ja, perfekt. Ich versuche mal ein bisschen abzustimmen, das ist nicht so einfach. Komm schon mal eine Eiswatt, wie Klappes? Komm schon mal eine Eiswatt? Wie Klappes? Komm, ich will ja mein Play of the Game hatten. Ach, nope. Tja. Ich glaub, das war... Das war bestimmt die Ulti, als er runtergeflogen ist. Ah, die auch nicht. Erzählt Kills aus der Umgebung, also mit Hilfe der Umgebung direkt was? Jaja, Kills mit Umgebung ist sogar ein eigenes Play of the Game. Okay, das war gut. Das war gut. Ne, 48%, das reicht nicht. Was, für deine Low-Heilung da? Ja, sicher. 8000-Fass. Da fand ich ja mehr geil, als du, Ash. So, das war eine Runde Overwatch wieder am Lee Jungtau. Der erste Abschnitt war mega geil. Äh, schaut mal am vorbei, lasst einen Like, wenn ihr euch gefallen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Tschüssi. D